ja hallo und herzlich willkommen zu einem angespielt von astro colony einem spiel was für das jahr 2022 angekündigt ist und auf steam erscheinen soll ein genaueres veröffentlichungsdatum haben wir nicht mehr steht hier eine beta version zur verfügung die wir uns gemeinsam anschauen können die hat mir nicht der anbieter gratis zur verfügung gestellt sondern die habe ich gekauft das könnt ihr bei bedarf auch und die webseite dazu die packe ich euch in die video beschreibung der beta zugang kostet 8,99 euro das spiel soll später bei steam 17,99 kosten und ihr könnt einen steam key vorbestellen für 14,99 habt da sozusagen einen kleinen preisvorteil ob der preis dann nachher auf steam da tatsächlich dann nachher 17,99 sein wird oder ob es da nicht auch zum start irgendeinen rabatt gibt das bleibt mal abzuwarten was sehr wichtig zu wissen ist sag ich euch gleich von anfang an wenn ihr den steam key vorbestellt damit könnt ihr nicht die beta spielen für 14,99 und mit dem beta key für 8,99 könnt ihr später nicht die vollversion des spiels spielen soweit ich weiß wird da auch nichts irgendwie aufeinander angerechnet allerdings wenn man das mal zusammen rechnet und sagt guck mal man spielt für 8,99 die beta und nimmt dann noch die 14,99 sagen wir mal 9 plus 15 da wäre man bei 24 euro und bei den 24 euro das wird dann jetzt mal mein maßstab für die bewertung des spiels sein gucken wir mal das ganze soll ein automatisierungs spiel im weltraum sein hat mich ein bisschen angesprochen weil es mich ans 4 flying city erinnert hat nachdem ich dann den key bestellt habe habe ich rausgefunden es soll sowas sein wie satisfactory im weltraum dann war es aber schon zu spät nein quatsch wir gucken uns das jetzt einfach mal gemeinsam an und ich lasse mich überraschen wohin uns die beta hier führen wird und ja es ist ja jetzt kein prolog oder irgendwie eine abgespeckte demo version das spiel ist eine laufende entwicklung jetzt gerade am tag wo ich es aufgezeichnet habe kann man noch mal neuer patch raus man kann hier wenn man möchte schön die entwicklung verfolgen ja wie gesagt mal gucken was das spiel denn schon zu bieten hat so das vorspiel hat lang genug gedauert ich drücke mal auf beta starten so sieht nun mal was ist auch ein bisschen komisch übersetzt sieht ist ja irgendwie wie sich das sagen also die 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 zufalls gestaltung der oberfläche so da kann wahrscheinlich eine zahl eingeben ich habe keine ich lasse es einfach mal offen so wir können noch auswählen auch für sauerstoff verbrauchen ob bots dabei sind was können wir hier noch booster aktivieren leider habe ich keinen maus um zu sehen was das ist wahrscheinlich sind das dinge die einem das spielerleben leichter machen booster weil hier gibt es den kostenlosen bau wahrscheinlich eine art kreativ modus dann und unbegrenzte technologie punkte um wahrscheinlich gleich alles in irgendeiner art und weise erforschen zu gehen ich denke wir gehen erst mal so in die beta rein so wie das spiel eingestellt ist wenn ich irgendwann sage ist nicht so meins oder ich will mal schneller ergebnisse sehen oder euch noch mal was zeigen behalte ich mir mal im hinterkopf kann man vielleicht ja auch einen neuen spielstand machen und einfach mal auf alles gratis stellen aber jetzt legen wir erst mal los ich hoffe wir haben ein brauchbares tutorial drin also die übersetzung ist hier noch nicht fertig erwarte ich auch nicht in der beta also der bot begleitet mich jetzt wir sind in der ego perspektive unterwegs die booster sind wenn man ich wollte ja schon mal instinktiv shift für rennen drücken das wäre der booster gewesen springen geht aber schwerkraft scheint es zu geben und der roboter bringt mir jetzt bei wie es der kolonie funktioniert also ich habe eher gedacht das wäre nicht nur für nicht weder first noch third person sondern dass man sie in echtzeitstrategie steuert ich hätte natürlich auch vorher mal ein paar videos angucken können aber das macht ja nichts gut dann ist es wohl doch sehr nah dran an zeigt dass aktuell im weltraum zumindestens optisch so nächster also wir müssen da tatsächlich darauf zielen so wer es den ach so wenn man immer zinteinander space drückt ok dann steigt man immer weiter musst du wieder zu mir runter wird so mit space und alt die höhe kontrollieren oder mal wenn ich in der luft bin x drücken ok ok verstehe ach so dann habe ich auch nichts mehr mit der schwerkraft am hut verbrauch ich denn irgendwie sprit sieht momentan nicht so aus so so expand your space station you will need to collect some basic resources look around the station to find floating asteroids you need to extract iron and kupfer also wir brauchen eisen und kupfer und die können wir extrahieren aus diesen felsen die um unsere station fliegen und das material brauchen wir dann um unsere station zu erweitern station scheint auch nicht weg zu fliegen ich will mal runter fliegen also tatsächlich unsere station ist hier einfach eine freischwebende plattform momentan eine freischwebende plattform im weltall und jetzt zerbröseln auch die asteroiden die da drauf stoßen das scheint am anfang jetzt noch nicht so viel auszumachen so ich habe umgeschaltet linke maustaste ok da kriegen wir eiswürfel raus ok man muss auch nicht immer wieder klicken man kann einfach den mausknopf gedrückt halten das finde ich sehr angenehm in einer farbe der asteroiden kann man wahrscheinlich auch ein bisschen erkennen was drin ist da werden wir einfach ein bisschen übungen brauchen so hier kopf er hat es schon übersetzt das ist ja koppel uns dann fliegen die dinge auseinander gefährlich scheinen ja nicht zu sein hier ist dann bestimmt wieder eis drin genau dann wird da hinten eisen drin sein war nicht boostern also nicht im spiel hier ist eisenerz drin letzten kann ich mich scheinbar nicht zumindest jetzt noch nicht eisen brauchen wir noch ein bisschen ich drücke mal automatisch shift in diesem booster das wird mir wahrscheinlich noch drückt sich mal während dieses spiels passieren also ich kann schon mal sagen es läuft angenehm flüssig ich habe das ganze auf maximale details auf wqrd gestellt das habe ich schon deutlich schlechter erlebt bei spielen die schon weiterentwickelt waren das ist in ordnung da könnten wir gleich auf 4k hochdrehen nein passt schon so so iron gar nicht genau hingeguckt was ist denn hier alles noch im das ist doch wieder eine andere farbe hier oder was ist da drin also allen aus komplett aber kommt an der rechten seite angezeigt was von asteroiden drin ist das gut so und gleich muss ich kraften kohlenstofferz so hier war ja eis drin so sobald ich hacke sehe ich da ist nicht nur eis drin sondern auch hier ach so die astroiden haben immer ganz verschiedene zusammenstellungen die farbe gibt mir nur die hauptsächlichen inhalte an ich verstehe ich habe mir hier noch drin gold ich bin so schön dabei beim abbauen so mein lieber roboter now it's time to turn materials into something more sophisticated open your inventory e and enable hand crafting receipts you will see how new items are automatically crafted ok e dann gibt es hier sozusagen hosentaschen crafting und da sieht man dann wie items automatisch gecraftet werden also inventory so rezepte aktivieren gut man kann die fenster verschieben das ist nicht in jedem spiel selbstverständlich so die sind entsperrt warum muss ich das jetzt auch wenn ich den hebel umlege jetzt automatisch auf unendlich ach so entweder gebe ich eine zahl ein oder ich lege einfach den hebel um dann wird hier immer weiter gecraftet ist doch gut so das lasse ich automatisch weiter laufen so now let's deal with the basics need of pressing also wir sind offensichtlich kein roboter you may have noticed that oxygen level dropped slightly during the first task also links unten offensichtlich der sauerstoff stand so gucke ich mir an ich erkenne da nichts dass der sauerstoff stand gesunken wäre vielleicht bin ich aber auch blind auf jeden fall müssen wir den wohl im auge behalten so wenn der level auf null geht wird der körper verletzt und ja das ergebnis wird sein der tod so deswegen ist es sehr wichtig so oft wie möglich den tanken nachzufüllen naja so oft wie möglich wahrscheinlich nicht so die schnellste möglichkeit das wieder aufzufüllen ist eis im sauerstoff generator zu verwenden habe ich denn schon einen so text screen also ich muss genug astroiden zum minder machen da bekomme ich technologie punkte und über t kann ich dann den ersten sauerstoff generator erforschen habe ich denn schon genug punkte so geht sauerstoff tot muss ich echt einmal sterben nein nicht sterben es ist rot rot was ich nicht machen soll so auf der hotbar ok f1 1 oder im konstruktionsmenü mit k achte liebe zeit wer mich kennt und die spiele die ich sonst spiele und getestet habe geht das schon wieder in eine richtung wo kompliziertes bauen erforderlich sein könnte ich hoffe inständig dass ich hier mit dem modul system möglichst weit kommen hier nicht kompliziert bauen muss ansonsten bitte ich die entwickler ganz schnell multiplayer modus einzubauen damit hier andere weitermachen können für mich nein quatsch wir gucken jetzt mal in ruhe also ich hab's ja in der hotbar also f1 und 1 so sauerstoff generator so den baue ich jetzt irgendwo hierhin gibt das sind in die mitte zu bauen ich brauche den hier in die mitte wahrscheinlich braucht er auch noch strom wir gucken mal so wie kann ich das wieder abwählen ich will wieder noch einen bauen was ist denn hier f2 ach so die f-tasten durchschalten gibt hier so die verschiedenen segmente was man bauen kann aber ich möchte im grunde ja nur warte mal mit kuh wahrscheinlich komme ich wieder auf meine universal werkzeuge ok konstruktion ok extract 1 zum glück gibt es viel davon ok aber das schaltet sich doch jetzt automatisch um wenn ich in der nähe bin ja ok ja ich weiß der booster geht nicht irgendwann werde ich mir noch merken und das war so dass er sich beim klopfen soweit ich bei allem soll ich mich warum ich sehe gar nicht dass es leer wird verbrauch effizienz was machen jetzt hier sauerstoff produktion so packe ich das ganze eis da rein und jetzt soll das ding automatisch aus wasser sauerstoff produzieren refill oxygen wie mache ich das denn so open die war das device öffnen mit e jetzt und immer wieder halt moment habe ich das ding wieder abgebaut nein so e so eis benutzen um sauerstoff nachzufüllen ach das ist so der füllstand ist in der mitte aber was sind denn dann was ist denn der kreis außen rum die letzte notreserve habe ich jetzt mehr eingefüllt als rein passen den rest hier irgendwie verplempert möglich wäre es ok wir sammeln erstmal ein bisschen weiter eis also man kann gedrückt halten ja man muss gedrückt halten das geht am besten aus irgendeinem grund macht's laune ja ja elektrizität später gut solange ich mich nicht noch um essen und farming und sonstige sachen kümmern muss kommen wir auch basis wissen und kann zeug erforschen wir gucken mal haben wir denn hier keinen doch hier da hinten eis 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 baby los geht's die geräuschkulisse ist ein bisschen seltsam tja es doch voll auch nie meine sehr verehrten damen und herren was euch gefällt und ich weiß es gefällt euch und lasst auch einen daumen nach oben da so das eis können wir dann nämlich schon mal da reinpacken und dann kümmern wir uns um das thema elektrizität also inventar inventar und warte mal das gerät und das inventar dazu wie war denn das e device ach so ok haben wir auch den kompletten stapel genau packen wir den auf einmal da rein gut wo ist mein bot finde ich ganz gut dass mir das tutorial hinterher fliegt kommt mir sehr entgegen so electricity is the heart of many devices they work as long as there is enough electricity for them in the network ok wir müssen nur insgesamt ich glaube es ist doch relativ leicht im netzwerk genug energie haben also wir werden wahrscheinlich den generator irgendwo dran klöppeln und dann gibt er eben energie für das system wird wahrscheinlich auch irgendwas verbrauchen dafür so ein carbon reaktor der simpelste carbon kohlereaktor oder was so die frage oder machen was konstruktionsmenü geräte wo sind der carbon reaktor schmelze so andockstation lagerbehälter so warte mal werkzeuge logikblöcke schieber blocker filter verteiler gut ich meine solange das so übersichtlich bleibt ist ja alles ok so kohlestoffgenerator so kohlestoffgenerator der braucht einen haufen metallblöcke diese dunklen die hier ne sind eisenbarren und für eisenbarren brauchen wir eisen also brauchen erst noch mehr eisen steine kloppen kann der dax auch bäume fällen wenn es sein muss tunnel graben irgendwo hochstecken wenn ich es richtig verstanden habe soll es hier durchgehend friedlich zugehen zumindest momentan noch ich habe versucht mich nicht zu sehr spoilern zu lassen ich habe gesehen dass da auch schon einige mit videos zum spiel um die ecke gekommen sind und ja 2022 will ja auch immer ein bisschen was anderes machen und das bedeutet zum beispiel dass angespielts nicht immer zwingend am gewohnten donnerstag rauskommen müssen was in diesem fall ja auch nicht so ist sondern möglichst schnell aber auch nicht zu viele videos pro tag wir gucken mal wenn ihr da irgendwelche anmerkungen oder hinweise habt schreibt sie mir gerne in die kommentare oder kommt am besten einfach mal auf discord vorbei dann können wir uns da auch ein bisschen allgemeiner austauschen das geht immer mal besser oder meiner ansicht nach oft besser als in einzelnen video kommentaren da finde ich es dann auch manchmal nicht so einfach wieder Kupfer Eis Eisen ich weiß dass wir einen Carbon Reaktor brauchen du musst mich nicht erinnern aber wir kennen uns ja noch nicht so gut ich verklickere dir das schon noch mein lieber Roboter aus irgendeinem Grund will ich immer alles Gold mitnehmen vielleicht brauchen wir davon gar nicht so viel am Ende trotzdem fliegt die Basis nicht weg ich brauche mehr Metall jetzt wo ich Metall brauche ist keins da so na ja das sieht nach Metall aus wo ist die Dinger oh hätte ich das gewusst hätte ich die Booster eingeschaltet nicht weil mir das zu langsam geht sondern weil ich da ständig aus Versehen drauf drücke nee das war doch nicht das Metall das müssen dann noch dunklere sein na hier 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 die wie Steine aussehen die sind es bestimmt Mensch so haben wir ja noch ein bisschen mehr davon hier vielleicht da müssen wir jetzt das Eichhörnchen ich denke das werden wir nicht bis in alle Ewigkeiten manuell machen müssen ich bin ja auch mal ein großer Freund davon wenn so der Zwang zum manuellen Abbau von solchen Sachen relativ schnell entfällt so Hosentaschen Crafting läuft doch schon alles automatisch muss ich es vielleicht noch erforschen Technologiebaum Elektrizität so ist es ich baue erstmal alles irgendwo hin die Feinheiten lernen wir dann später so rotieren Input Output und Put Put ich stelle das einfach direkt daneben so Carbon Reaktor Get Reaktor Up and Running Modify Carbon reinpacken ok das kriegen wir vielleicht sogar hin so E so Kohlenstofferz das muss es sein das muss es sein die Funktion läuft auch direkt automatisch an so was soll ich jetzt machen Kupferdraht soll ich Handcraften kriegen wir bestimmt hin Draht Draht Hand Was stand da? Handcraft was? Copper Wire Draht Hand weil das ist nicht Kupfer das ist Eisen da das Kupfer ist Kupferdraht Hand das wird es wahrscheinlich sein ähm ja vielleicht bietet es sich dann tatsächlich am Anfang eines noch auf Englisch zu spielen solange alles übersetzt ist aber bis jetzt kann man sich die meisten Sachen ja noch logisch erschließen so ich habe Barren warum sind die Sachen gesperrt? warum kann ich das nicht machen? Kupferdraht direkt im Inventar craften ja so Kupferdraht und Eisenbahnen ich habe hier keine Auswahlmöglichkeit zu sagen so Kupferdraht per Hand so ähm dann machen wir mal hier so Tick so Handherstellung Draht so hab ich mir noch gedacht dass da noch irgendwas zu machen ist so zweimal Kupferdraht ich werde es auch nicht durch den ganzen Kupferdraht verbraten also nicht das ganze Kupfer verbraten vielleicht brauche ich das ja auch noch für was anderes du hast es geschafft mach weiter und ich werde dir mehr erzählen wie du hast es geschafft das war's Ende der Beta nein ja Menge des Sauerstoffs voraus auch ganz in Ordnung finde ich ich würde mal einbeklopfen hier noch ein bisschen weiter ne ich hätte ja jetzt eigentlich erwartet dass der Roboter mir noch sagt was ich mit dem Kupferdraht machen soll wahrscheinlich den Reaktor an die Platte anschließen oder irgendwas das gucken wir jetzt keine Sorge tatsächlich erinnert mich also diese Beschaffenheit und wie diese Brocken aussehen das erinnert mich sehr an Blood Money von Psychgnosis wenn das noch jemand kennt so pass mal auf was kann ich denn mit dem Draht machen ähm okay wahrscheinlich ja Maschinen miteinander verbinden oder sowas ne hier kommt Zeug rein hier könnte ich vielleicht ein Kabel dran setzen also das sind bestimmt diese Automatisierungsanschlüsse wo ich mir vorstellen könnte ja hier hinten wird das Material rein geliefert bei diesem Gerät würde ich es vielleicht doch andersrum bauen müssen also hier das Material rein das Eis wenn es automatisiert wird hier vorne kann ich abzapfen oder ich könnte den Sauerstoff vielleicht weiterleiten vielleicht mal eine Kuppel bauen wer weiß hier ist der Stromanschluss würde ich sagen aber es verlangt keiner dass ich die Sachen miteinander verbinde das funktioniert ja auch so solange ich es nicht automatisiere aber hier ist der Ausgang so hier wäre Kohle Eingang also vermute ich mal dass das dann so nachher mit der Automatisierung funktionieren wird so Produktion 10 ich glaube wir verbrauchen auch gar nichts so Elektrizität gut ich kann noch weiter forschen dass noch mehr Elektrizität aus dem Ding rauskommt so jetzt möchte ich aber erstmal gucken im Technologiebaum so Wasser ich brauche ja scheinbar kein Wasser oder? Eisbrecher Funktion Wasser Wasserzelle Asteroiden fangen Asteroiden fangen Asteroiden fangen finde ich gut Asteroiden fangen finde ich gut Baue einen Asteroidencatcher hohohoho der braucht Strom die Frage ist wo ist der Stromanschluss hier ist der Stromanschluss hier hinten also ich vermute mal dass es so funktioniert ich habe keine Ahnung ob das so stimmt so jetzt habe ich dann Kabel dran gebaut also wenn das jetzt hier alles klappt ist es sehr intuitiv wenn so was kann der Asteroidencatcher Catch Asteroids ja ja aber wie so verbraucht Strom das Ergebnis hängt vom Einzelfall ab was die Kanone benutzen um zu zielen und abzuschießen das geht nicht automatisch die Kanone benutzen ok also hier geht das Tutorial individuell weiter das gefällt mir ausgesprochen gut dass das Tutorial einem wirklich nur das minimalste erzählt man kann irgendwie weitermachen und das Tutorial reagiert individuell da drauf so aber wie benutze ich denn die Kanone so 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 just the cannon and shoot them naja aber wie oder warte mal vielleicht muss ich ja auch hier das Jetpack ausmachen so 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 warte mal ich nehme ich tue das Tool mal weg vielleicht fehlende Scanner Technologie hab ich wieder aus Versehen auf irgendeinen relevanten Knopf gedrückt ich komme da aber nicht rein ach Astroidenfang F auch wie lustig Minigame war Bums so completed kann ich noch mehr fangen schon mal ein Traktorstrahl hier so der bleibt dann da hängen ok cool so wird der denn hier automatisch verarbeitet hier drin ach guck mal einer an der wird auch selber zerlegt hier und dann liegen die Materialien da drin so was passiert mit dem Asteroiden hier wenn der da drin fertig ist ok kann ich aber schon gleich den nächsten fangen zum Beispiel den da ja finde ich gut das könnte ruhig automatisch gehen aber wollen wir nicht zu viel verlangen die Mechanik ist schon mal gut man kommt ja schon relativ flott in Richtung Automatisierung habe ich den Eindruck also bis jetzt ist es für den DAX recht eingehend und wenn ich das sage dann will das schon was heißen so dann geht es da hinten weiter mit Logistik ach mein lieber Herr Gesangsverein da haben wir einen jetzt vor uns und das ist nur der Bereich Basiswissen so generiert durch das Abbauen von Asteroiden ok habe ich noch 43 Basiswissen übrig da könnte ich jetzt ganz viel erforschen und schon machen so da gibt es noch Ingenieurswissen Biologieforschung, Chemieforschung, Raumwirtschaft und Hightech-Wissenschaft ähm ich gehe davon aus dass wir dafür entsprechende Gebäude haben müssen die dann diese Punkte produzieren aber ich habe 43 Punkte so wir haben Wasser, wir haben Wassertransport wir haben ähm Booster, Schmelzen also für den Automatismus ich mache jetzt einfach mal alles was es hier auf dem Weg gibt erstmal so dann sagt tatsächlich ich soll einen Eisbrecher soll ich ähm mir die Frage ist ich würde mal vermuten der Eisbrecher kommt hier hinten hin also das ist auf jeden Fall der Eisbrecher der Eisbrecher braucht Strom auch auf der anderen Seite kommt Wasser raus da kommt Sauerstoff raus aber gut das Ding macht ja schon aus Eis so lass mal gucken das Ding kann ich jetzt hier nicht einfach ich stell das mal genauso hier hin mit einem bisschen Abstand und dann müssen wir erstmal Strom hinbauen geht das so? ja jetzt habe ich keine mehr macht aber nichts so vielleicht hätte ich es nicht ganz so weit auseinander bauen müssen macht nichts so der Eisbrecher 10 Wasser herstellen 10 Wasser herstellen was mache ich denn da? muss ich Eis reinpacken, ne? wer kommt denn da raus? ich packe mal einen neuen rein es ist doch cool dass die Maschinen auch wirklich alle so arbeiten aber Collecten kann ich ja nur so Portion 5 hier aber ich sehe nicht wieviel da ist oder? ich kann es ja jetzt auch nur wohin transportieren was ist denn 6? 6 ist eine Wasserzelle ja einfach so ein Wasserblock, ne? 7 ist ein Wasserrohr da brauche ich das andere Kabel dafür das brauchen wir ja sowieso also also hier muss man mal gucken wie und wo wir das Wasser dann hier aufbewahren aber ein Storage ich habe ja jetzt gar nichts das ist Schmelze uch so was ist hier los? Struiden fangen 2 Stück bitte finde ich super ich behaupte mal die 899 für die Beta haben sich jetzt schon gelohnt alles andere werden wir sehen gut haben sich schon gelohnt also wenn die Beta morgen zu Ende ist vielleicht nicht aber kann ich mir jetzt irgendwie nicht denken so so wie ist denn das? so F7 da ist ja nicht viel drin, ne? ich habe auch nichts mit dem ich irgendwas lagern könnte also wenn ich Wasser lagern soll, ich brauche hier irgendwie Transportbehälter so Wassertransport ja so Wiederverwertung Scannen, Robotik, Hydration Menschenwanderung, Kolonistentraining das ist hier ja alles miteinander verbunden so bei der Logistik bekomme ich Lagerbehälter und Förderbänder kommt denn da auch Wasser rein? ne warte mal Logikblöcke ne sind es auch nicht automatisches Asteroiden fangen das ist schon mal gut hier kommen schon die verschiedenen Automatisierungsschritte ich versuche es mal mit Logistik so wenn ich 10 Wasser kollekten soll so wo sind denn hier so 7 Lagerbehälter das wäre denn 8 ne das kann niemals zum Wasser lagern sein das Ding, niemals Niemals so blockiert bestimmte Ressourcen auf Förderband oder in Transporträder was heißt denn blockiert warte mal blockiert bestimmte Ressourcen, filtert bestimmte Ressourcen und schiebt bestimmte Ressourcen wahrscheinlich wenn ich dann ein großes Konstrukt habe wo ganz viele verschiedene Produktionsketten gleichzeitig drauf laufen so Wasserstoff ah guck mal Wasserstofftank ist das denn Wasserstoff was da rauskommt? also hier ne ein Behälter zur Aufbewahrung von Wasser ist das tatsächlich diese Wasserzelle ok hätte ich jetzt nicht gedacht gut dann noch anders dann also eine Wasserzelle so eine Wasserzelle und so ein Rohr oder? und jetzt? Collect 10 Wasser läuft aber nicht voll oder? oder? weil keine Wasserzelle angeschlossen war ähm ja ist das für ein Popo gewesen kann natürlich sein dass das dann im Nirvana des Weltalls ähm verschwindet wäre möglich aber ich dachte eigentlich na gut das ist egal ist egal da mache ich mir jetzt gar nichts draus weil wir haben ja hier Eis also macht euch nix über die Fehlermeldung das ist aber nur wenn der DAX einen falschen Knopf drückt also das da rein so und es produziert jetzt automatisch so was passiert jetzt wenn das fertig ist ach jetzt wäre mal die Frage können wir das hier erweitern? zum Beispiel indem ich da einen oben drauf setze nein geht nicht was ist nebenan? ok ok so kann ich die Felder vergrößern das ist ja auch mal wichtig zu wissen jetzt können wir bald schon schwimmen gehen ok cool entweder das ist cool oder ich bin heute leicht zu begeistern so Destruction Technologie we can destroy every station component and device geht da weg ich kann sonst nix lesen recycables will be stored in your inventory until you decide to recycle them ich muss das jetzt machen ne Schmelzer Schmelzer so haben wir denn irgendwo so einen Zerstörer wie sieht denn der überhaupt aus? das ist die Schmelzer das ist der Asteroidenfänger so der Eisbrecher an die anderen Sachen komme ich warte mal oder ist das Tier 2 einfach nur so was haben wir denn hier? Boden glänzend schwarz Förderband Kisten ich glaube nicht dass hier irgendwo ein Zerstörer dabei ist aber ich könnte auch mal wieder Material produzieren ähm wir brauchen hier diese grauen Teile wo sind die denn? ich kann ihn ja nur begrenzt drehen das funktioniert leider nur auf der Seite da müsste ich vielleicht auf beide Seiten einstellen gut wir haben ja Zeit ne zumindestens solange hier genug Eis für die Sauerstoffproduktion drin ist und ich keine weiteren Ressourcen dringend brauche auf jeden Fall muss ich da gleich wieder Eis hinbringen Eis, Eis, Baby und ich muss Zeug schmelzen so Eisenart, Kohlenstoff Kupfer jetzt nehmen wir mal alles mit wobei wir den ja da werden jetzt wieder automatisch Barren und Kram hergestellt so Eis muss mit und das nächste Eis geht dann hinten wieder in die Wasserproduktion wofür auch immer ich das brauchen sollte so Wasser Mist an den komme ich nicht dran er gibt bestimmt auch Sinn hier irgendwie eine Lagerbox hinzubauen das Material weg zu befördern das können wir ja gleich mal gucken ob wir das irgendwie bauen können ich würde das auch gerne automatisieren ich bekomme nur Technologie Punkte wenn ich selber Dinger verkloppe oder? nicht wenn das hier der automatische Gerät macht ja ich muss das tatsächlich selber machen also nützt mir nichts wenn ich das alles mit dem Asteroiden also zumindest noch nicht zumindest noch nicht wo soll ich denn unbedingt was zerstören? ich möchte ja nichts zerstören das ist doch gar nicht ob es irgendwie ein tieferes Spielziel oder Missionen gibt oder was da später für den Spielverlauf vorgesehen ist momentan sehe ich es einfach erstmal so als einen Mining Job ja 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 ich verstehe dich so kann ich da schon was rausnehmen na wohl kann ich Kohle so das Wasser geht da rein noch kann ich mir das merken noch kann ich mir das merken so Wasserproduktion und du brauchst Kohle das habe ich mir auch gemerkt oh und sie waren fast alle gewesen da war das Timing Gold richtig oder in dem Fall Kohle richtig ähm komm komm ich lieg in die falsche Richtung dann nehmen wir dich Also Logistik, was Förderbahn braucht, was ist das denn da? Kupfergedöns ist klar, was ist denn das andere? Eisenplatte Na mal gucken, also Eisenplatte, ist das die, na warte mal, das ist ne Eisenplatte, ja So, hier ist der Output, hier wäre auch Output Ich will ja keinen Boden bauen, warum wurde das denn als Förderband angezeigt? Aber das ist es, so, Förderband, Moment So, Förderband Und das produziert, das Pferd da nach rechts Interessant Geiler wäre natürlich, wenn man hier so diese Aufbewahrungsbox dann so direkt davor semmeln könnte Also, du bist eine Aufbewahrungsbox, nicht wahr? Und damit fahren die Sachen jetzt Das ist ja so geil simpel, das gibt's gar nicht Das könnte noch was mit uns werden hier Jetzt haben wir eine riesen Lagerfläche hier wahrscheinlich zur Verfügung, die wir am Anfang gar nicht brauchen Aber macht ja nix, wenn der Lagerbehälter voll ist Eingänge und Ausgänge des Fördertors tauschen So, ich könnte bestimmt auch zuliefern hier, ne? Was ich gerne hätte, ist das, was vollautomatisch geht Ja, um Automatisierungsprozesse geht es letztendlich hier auch in dem Spiel Also es ist nicht vorgesehen, dass man hier Manuell unterwegs bleibt Ich habe dann die einzelnen Komponenten abgefarmt Ich gehe schon mal wieder auf die Jagd Ja, Metall Aber dann möchte ich auch Wasser haben Und überhaupt möchte ich gerne, dass das automatisch geht Automatisches Asteroiden fangen Dafür müssen wir über die Logistikblöcke Sechs Bergabbaudrohne So geht aber nicht, da muss ich nämlich Wollen wir mal hier vom Asteroiden fangen? Habe ich doch Und dann, was fehlt mir jetzt hier? Ach, da brauche ich wahrscheinlich beides hier, ne? Konstruktion Bergbau Technologie Bergbau Das reicht nicht Dass hier nur eins miteinander verbunden ist Ah nee, warte mal Doch, das würde reichen Aber ich brauche auch Vier Punkte Ingenieurswesen Ja, aber wie kriege ich die? Fragen über Fragen Wahrscheinlich kann ich hier auch noch irgendwie Irgendjemanden reinsetzen, der das Management übernimmt Also ich denke mal Wenn uns das Spiel jetzt gleich nicht aussteigt Oder mich von der einen Minute auf die andere überfordert Ist das sicherlich was Da hätten wir ein Live angespielt von machen können Aber zumindest Können wir es wahrscheinlich mal in einem Livestream fortsetzen Oder im Livestream Folgen aufzeichnen Ich überlege mir da was Also das angespielt hier Endet auf jeden Fall mal mindestens in einer Miniserie Und wenn euch das gefällt Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da Oder schreibt mir eure Meinung in den Kommentar Da würde ich mich sehr drüber freuen Genauso wie über die Tatsache Wenn ihr euch schon auf meinem Kanal rumtreibt Und keine Miete zahlt Ihr euch vielleicht auch noch ein paar andere Videos anschaut So, aber nichts desto trotz So, Destruction Wollen wir mal wieder so ein bisschen Uns an dem Tutorial hier orientieren So, Destruction Technology Every Station Component Destroy Ship Component Habe ich denn schon Destruction Dings da? Hmmmm Destroy Ship Component Knotiere auswählen Also auswählen Okay Okay Ich habe was kaputt gemacht Und habe ich das auch im Inventar die Platte? Hm Also die Recycling Maschinen Haben wir die denn schon? So, Schmelzer Wahrscheinlich muss ich erst noch erforschen, oder? Oder ich habe das Material noch nicht? Warte mal Also die Recycling Maschine Also die Recycling Maschine Recycling Gold Gold Barren So, aber da brauche ich wahrscheinlich erstmal eine Schmelze Weil Goldbarren in der Hosentasche ist nicht drin Obwohl Obwohl Gold ja bei einer relativ geringen Temperatur schmelzt Da dachte ich das würde besser gehen als Eisen zu schmelzen zumindest In der Hosentasche Habe ich mir so ausgemalt Weiß nicht wie ihr das seht Oder ob es hier abprobierte Geologen unter euch gibt Aber Da brauchen wir halt erstmal die Schmelze Habe ich mir auch fast so gedacht So, die Schmelze Wo ist der Stromanschluss? Hier Metallwaren brauche ich dafür Metallwaren Ich habe keine Metallwaren So, mit Shift kann man teilen Mit STRG alles nehmen Okay Das kennen wir ja Metallwaren werden jetzt automatisch produziert So, wie ist es mit Wasser? Das kann ich ja aufteilen Da haben wir ja jetzt gelernt wie das geht Mit Ne, so nicht Habe ich doch Shift Achso, okay Okay, okay, okay So, aber jetzt Jetzt zerbeiß ich es So, die Schmelze Also, vielleicht brauche ich die auch gar nicht Ich behaupte ich brauche die Da ist Input, da ist Output Na, das ist Blöd, wenn ich das jetzt hier so Ich muss nicht weiter nach außen bauen Output, Input Aber schneiden sich die Kabel jetzt Na gut, kriegen wir irgendwie hin Ich muss ja am Anfang vielleicht Noch nicht schön sein So, und du verarbeitest jetzt Gold garantiert, oder? Oder zumindest mal Sachen, genau Ach genau, das Ding verarbeitet auch alles andere Goldbarren, Kupferbarren, Eisenbarren, das ist doch super Aber erstmal, also Gold Machst du das automatisch jetzt? Nein Doch, steht auf Automatik Ähm Reicht mein Strom noch? Gehe ich von aus, oder? Nee Wir bekommen hier schon Stromprobleme Das reicht ja Wenn genug Strom im System ist Auch das haben wir ja gelernt Also Bauen wir einfach noch so einen Klöppel hier hin Mit dem wir aber brauchen noch mehr Metallwaren Mehr Metallwaren Da bräuchten wir halt auch mehr Metall Ah Sollts nicht zerspringen Und immer schön auf den Sauerstoff aufpassen Da sind wir ja drin Momentan ist das ja auch das einzige, worauf wir aufpassen müssen Dann bekommen wir jetzt noch ein paar Forschungspunkte Die Recyclingmaschine, ich weiß Ach, es hat ja jetzt alles nicht mehr genug Strom Okay, wenn man direkt am Strang baut Wird das Gerät automatisch angeschlossen So, dann kriegst du hier die Kohle Jetzt hat wieder alles Strom Hier sind wir nun die Frage Produziert das? Ja, es produziert Goldbarren Und bewahrt die auch dementsprechend auf Man braucht sehr viel Gold, um diese Goldbarren herzustellen So wie es aussieht Eieiei, meine Güte Ja, und ich bin mir jetzt schon sicher Es wird weitere Folgen geben Und ich werde mal gucken Wenn die Community möchte Dann können wir es auch im nächsten Kissen Buntes nochmal weiterspielen Und da Folgen aufnehmen Das klären wir dann, wenn es soweit ist Und wenn ihr aber auf jeden Fall Die nächste Folge nicht verpassen wollt Dann abonniert doch gerne den Kanal Und klingelt das Glöckchen Damit ihr auch eine dementsprechende Push-Benachrichtung bekommt Wenn das soweit ist Ja, jetzt habe ich euch ja zu dem angespielt Auch noch ein Fazit versprochen Was ich euch sehr gerne geben werde Also auf jeden Fall Ein sehr Interessantes Spiel mit Potenzial Auch wenn ich jetzt nicht so der Erbauer bin Bin ich doch überrascht davon Wie eingängig das Spiel für mich ist Das kann sich freilich im späteren Spielverlauf nochmal ändern Tja, 24,95 Euro Als Preis Oder sagen wir mal, ihr holt euch die Beta nicht Und im Angebot, da kostet es 15 Euro Also ich würde mal meinen So vom heutigen Entwicklungsstand raus Mit dem was ich gesehen habe Denke ich Haben wir es hier mit einem Spiel Mindestens der 20 Euro Klasse zu tun Und wenn es doch noch so kompliziert wird Wie Satisfactory Eventuell auch noch mit einem Spiel Was man in höheren Preisregionen Ansiedeln könnte Also insofern Bekommt dieses Spiel jetzt erstmal Erstmal Das kann sich noch ändern Verfolgt die Serie gerne weiter Erstmal ein Gutes Urteil Gut, was bleibt mir noch? Ich bedanke mich an dieser Stelle Recht herzlich für eure Aufmerksamkeit Und sage bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen